Moin Leute Trimax hier, wir zocken wieder Minecraft, es geht weiter, ich hab richtig Bock Spark hat mir ja gezeigt, die geilste Farm überhaupt Wir hatten ja erst hier mit angefangen, das fand ich schon sehr, 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 sehr geil Aber das hier ist ja tausendmal schneller Alter, Revie hat das alles ausgemacht Unendlich Unendlich Bambus Unendlich Kaktus Alles automatisch in die Öfen rein Da kannst du hier einen Schalter umlegen Ah, ich glaub Revie hat mir grad hier richtig viel XP gezeckt Heute mit dabei, Revie und Rumatra Schaut auch gerne vorbei So, hier, man nimmt das raus Und kriegt richtig dick XP Genauso hier Oh Ne, irgendwas ist hier jetzt nicht richtig Aha Kommt zu wenig Kaktus, egal, können wir noch vergrößern Na jetzt, jetzt kommen sie an Jetzt kommen sie wieder an, ist alles wieder an Wunderbar Das möchte ich heute nochmal bauen Guck mal, ich hab jetzt nur ein bisschen was hier aus meinen Öfen rausgenommen Und bin fast Level 30 Geiler geht's nicht Bambus, 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 Sky. Ich weiß nicht, warum's so ist, aber es ist einfach, wow. Fertig, aus. Das ist krass, also auf einmal bin ich von so einem Lost-Mount-Spieler zu einem fucking Ultra-Pro aufgestiegen. Wie scheiß bist du geworden? Digga, trag mich ein, die ganzen, ich krieg den Kaktus nicht eingesammelt. Trag mich ein. Du bist ein Bot, du bist, Alter. Trag mich ein Trag mich ein In allen möglichen Turnieren In Survival-Turnieren gegen andere YouTuber Ich disrespekte die komplett Romatra Das ist so traurig, kann ich dafür wenigstens ein paar zu schreiben haben Romatra, du bist ein gottverdammter Verräter Nein, bin ich nicht Und du bist dafür verantwortlich Dass mein Pferd gestorben ist Mörder 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 Du hast mein komplettes Pferd Hey, hey, hey Romatra Romatra, wenn du mir das jetzt nimmst, dann werden wir Krieg haben Komm zurück Du weißt, was hier für ein Krieg ist, ne? Romatra, komm zurück Du weißt, wie Krieg aussieht, ne? Romatra Romatra, zurück Du weißt, wie Krieg aussieht, Romatra Ich steh dich jetzt dahin Ich nehm alles zurück, was du gesagt hast Und ich stell mich dahin Geh dahin, ich nehm alles zurück Du weißt, wie Krieg aussieht, Romatra, ne? Ich sterbe für meine Sünden Aber ich sterbe wirklich für meine Sünden Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es gestorben ist Du hast den Pfeil Du hast einen scheiß Pfeil in den Pferdekopf gerammt Romatra Für deinen emotional grief Hör auf Hör auf Den emotional grief, den du mir gegeben hast Den unglaublichen Schmerz Den Verlust meines Pferdes Weil du scheiß Stalin auf mein Pferd geschossen hast Steak Romatra, wirst du jetzt Amtlich Hier hingerichtet, Romatra Tod durch Ambus möge dich Oh, ist das geil Können wir das öfter machen? Go, go, go Ich will jetzt sehen Gestehst du deine Taten ein, Romatra? Steak, steak Ob du deine Taten eingestehst? Niemals Du schnullt I fucking walt Stopp Nein Wie geil, Junge Wie geil Alter, ist das nice Pippe Hands, Alter Oh, ist das nice Das müssen wir jetzt alle 10 Minuten machen Ironie bei der ganzen Sache Romatra ist von dem Eisen gestorben Was er für uns rangeholt hat Das ist geil, Junge Das ist das, wenn du scheiß Waffenschmied bist Schmiedest ein Schwert Und dann wird es dir in den scheiß Schädel gerammt Finde ich geil Survival einfach nur Wer stirbt, ist raus Man kann ganz normal auf einer Welt wie jetzt so Nehmen wir mal an Wir wären drei in Lager, ne? Romatra Du willst also Varus spielen Nein Romatra, Revi und ich sind sozusagen in Lager Was wir hier haben Und woanders haben Drei andere In den Lager Und wir können jederzeit mit Pferden Und als berittende Bogenschütze Hier rüberkommen Richtig Radau machen Was kaputt machen Alles anbrennen Und so Und wenn einer tot ist Dann ist der raus Ja, das ist Varus Echt? Ja Kein Wunder, dass das so gut ankam Das ist total geil Können wir machen, ja Aber Community gegen Community Habt ihr schon mal Community, Varus? Ne Jeder stellt 20 Ich stell 20 Romatra stellt 20 Na gut, bei Romatra wären es höchstens 5 Okay Ich war gesagt, ich stell so 3,5 Und dann lassen wir gegeneinander kämpfen Kann man irgendwie so Observer-Modus? Geht sowas? Ja, ja Kann man das Competitive-Casten? Kann ich Leuten zugucken die ganze Zeit switchen? Digga, ich hab das früher Ich hab früher Competitive Minecraft gecastet Ich war früher Minecraft ESL-Caster Nein, warst du nicht Hals, Maul, das gab's Gab es nicht Bedingung ist, dass man Schreibt's in den Chat Schreibt's in den Chat Man muss als Caster echt nicht viel können Außer normal reden und Scheiß, Piss Alter, ich hasse dich so sehr Ich will einfach nur dann Die Anforderungen als Caster sind relativ gering Man muss normal reden können Alle schreiben, ja, gab's Gab es? Gab es, wirklich Ich hab das gesehen Da hat einer mal vergessen Die Wommel-Zücher-Chu Und sind alle ausgerastet So ein Ding war das Geil Unnötig ist es nicht Man hat die Schuhe ja nur einmal Der Romata, bist du ein bisschen dumm? Ich hab dir doch mein scheiß Schwert gegeben Bist du dumm? Wo ist das Lapislazu-Liman? Bring dich um! Da! Wieso tust du das denn da nicht rein? Alter, bist du schlecht geworden in dem Spiel Hallo! Du kannst es nicht in dem Scheiß-Schwert Lassene! Meine Fresse Du standst da die ganze Zeit nur rum Hoffentlich ist das Schwert scheiße Sharpness 4, Knockback 2 Ja, gib her Behalt dich so Gib mir alle eure Emeralds Gib mir jetzt mal das Schwert wieder Ich habe keine Emeralds Ich habe keine Emeralds Scheißkerl Romata, wie wär das du? Ups Ich lass das da jetzt Der ist zu teuer, der ist zu expensive Allem Leben wollte ich über 50 Millionen Aufrufe kommen Du Penner und du machst mir zunächst Was dein erfolgreichstes YouTube-Video, wieviel Klicks hat das? Ich glaube, warte Bestimmt mehr als bei dir Ja, auf jeden Fall mehr als bei dir Na, wieviel hast du? Warte Bin gespannt Gucken wir mal Das ist bestimmt so unfair Weirder Flex, ne? Ja Ähm Ja, 4,5 Millionen Welches Video? Wo ich mir die Hand schneide bei Fortnite Echt? Ja Was? Du schneidest dir die Hand bei Fortnite und du hast 4,5 Millionen? Deshalb wirklich jetzt ohne Witz? Ja Krass, Alter Glaube ich dir nicht Dein erfolgreichstes Video hat 4,5 Millionen Klicks Und wo du dir die Hand schneidest bei Fortnite Ja Na gut Ich hab ne Clash Royale-Kiste aufgemacht mit 3,8 Millionen Lächerlich Wieso hast du die Kiste? Ja, lach ich drauf Wieso, du hast die Kiste aufgemacht? Ich lache drauf, nicht drüber Ich lache drauf, hörst du? Ja, ja Auf geht's Weg mit dem Müllhaufen, Alter Umar 3, ich würde da weggehen Oh, hey Umar 3, du Scheißkerl Ich treck mir deine Diamanten Scheiße, Alter Alter, bist du ein Trottel, Junge Bist du ein verdammter Idiot Es wurde ja nicht mal runtergezählt Du bist so geil, Rumatra Alter, Junge Es wurde ja nicht mal runtergezählt, Alter Ich kratze mir gerade die Reste von meiner weggelaserten Lase Die Kimmel Hast dir gerade die Kimmel gekratzt Und schon ein bisschen in die Luft geflogen Wo ist mein ganzer Scheiß? Liegt alles im Wasser, alles geht unter Junge Max, 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 Max Nein, das waren nur die Diamanten Ich hab nichts, ich hab nichts außer die Diamanten genommen Hätt deine Rüstung genommen, Rumatra Die geb ich dir wieder Komm her Ich werd dich umbringen Rüstung? Hab ich die Rüstung echt? Ich hab mir, glaub ich, nur Rumatras Diamanten genommen Rumatra, deine ganzen Rüstungen genommen Wieso fließt hier so krass Wasser? Ey, hör mal auf, das hier abzubauen, dann krieg ich Angst Das bleibt hier so Der Ozean wird jetzt wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt Max, wo sind meine Diamanten? Wo sind meine Diamanten? Wie viele Diamanten hattest du denn? Warte, Rumatra Was, warte? Komm her Ich werd ihn töten Ja, komm her Nein, hier hattest du den Diamanten Wie viel hattest du denn? 16 Die 13 gedroppt Gib mir auch meine, meine Helm zurück Äh, meine, meine, meine Füße Ah ne, meine Füße Die hab ich nicht Hier Diamanten 13 Stück Ey, für was brauchst du die drei Diamanten? Ja, um dir eine scheiß Schaufel zu bauen Da brauchst du einen für Oder hast du die Schaufel doch schon? Ja, die geb ich dir sogar Das ist, du, ja, mit Verzauberung Ist doch voll gut Ich bin voll der Teamspieler Was willst du haben? Äh Passt du, kannst sogar die Schaufel dafür zurückhaben Alles gut Hier Ah, das ist doch Massentierhaltung Ist doch Massentierhaltung Muss doch nicht sein Ihhh Nasenreste Nasenreste aus meiner Nasen Warum hast du das denn, Digger? Äh Aber da ist auch Rußhühnchen irgendwie drin, ne? Ja, am Anfang hat die nicht ganz funktioniert, die Farm Und wie kriegen die Wie kriegen die dauerhaft Weizenkerne? Die kriegen keine Weizenkerne Die, die legen Eier Die Eier gehen in das Fenster Das Fenster schießt die aus Dann wachsen die da vorne auf Und sobald sie groß sind Werden sie von der Lava verbrannt Ach was Ja Ja Sobald sie groß sind Werden sie von der Lava verbrannt Das sehe ich nicht Ähm, nein, nein Jedes Mal, wenn ein Ei gelegt wird Das ist auch extra nicht für den Public bestimmt Jedes Mal, wenn ein Ei gelegt wird Siehst du, dass da kurz Lava rausgespenst wird Ja Und wenn die da halt groß sind Dann erwischt die Lava sie Ah ja Und das ist jetzt tot Also, nee Nicht, weil dann noch keins groß ist Aber sobald die alle rangewachsen sind Und groß sind Und die Lava einmal rauskommt Dann sind sie alle tot Und wann kommt die Lava raus? Immer wenn ein Ei gelegt wird Und warum? Weil Hühner Eier legen Okay Persönliche Meinung zu Hühnern Finde ich geil Kannst du das nochmal bauen? Das kann ich nochmal bauen, ja Weil hier ist ja viel zu wenig Also ich habe jetzt geguckt Hier kann ich einmal Cook Chicken raus Ja, ich habe da 60 Stück vorher rausgenommen Also ich habe mir da vorgelegt Also seitdem ich hier stehe Ist keiner produziert worden Ja, ja Du siehst doch Also ich habe das ja extra Hier durchgelegt Da musst du ein bisschen pimpen Weil der wird die Hühner noch ein bisschen düngen Drei Zuckerrohrs in einem Papier Was hast du gestohlen? Du wirst, dass ich euch gestohlen habe Was hast du gestohlen? Dias aus der Mainkiste Für mich selber In meiner eigenen Enderkiste Das ist in Ordnung Ja Ich habe auch einmal Dias in meiner eigenen Kiste drin Weil ich nicht will, dass Maxi sich zeigt Alle drei oben Und dann Fortune 3 Unbreaking 3 Efficiency 4 Auch was? Pickaxe Das ist geil Fortune 3 Unbreaking 3 Efficiency 4 Ist das gut? Sehr stabil, ja Ist sehr stabil Weil es unbreaking 3 ist Klar Wie kann ich nochmal ein Enchantment Table bauen? Ja, mit Büchern Dann musst du hier Zur Die vorne zur Aber warte mal Das hat doch gar keinen Sinn Warte mal Das hat doch gar keinen Sinn Warum? Wieso? Um ein Enchantment Table zu bauen Muss ich Papier in ein Enchantment Table zu packen Ja, du musst erstmal einen finden Den ersten haben wir auch gefunden Ja Ach, Laber, kein Scheiß Ihr seid doch immer nur am Kacke labern Ist dir jetzt mal aufgefallen? Wow Das finde ich echt gemein, Alter Wir wollen dir helfen Als ob man den ersten Ding so finden muss Glaube ich euch ehrlich gesagt nicht Doch, in der Truhe Das ist ein magisches Relikt, Digga Das war in diesem Dungeon drinnen Mag ich ist das schon mal gar nicht Ich mag dich nicht So, das ist aber gut von dir So Boom, boom Ich versuch's mal nur ganz kurz Alter, dieses Haus wird so insane Insane, Junge So Papier, Papier, Papier Leder Geil, das klappt Book Book Hast du den Enchantment Table gepackt? Das Buch in den Enchantment Table? Ja Hab ich Ich bin nicht Level 30 Ist das schlimm? Ja Er ist wieder Level 30, komm Alright Dann zieh ich wieder von Dunnen Von Dunnen Ich hab ein Buch Jetzt fertig Ich hab jetzt ein Buch verzaubert Enchanted Book Knockback 2 Ist das gut? Voll scheiße Klingt auch irgendwie Also wirklich Aber da steht Ich brauch nur Book Wieso brauch ich denn ein verzaubertes Buch? Hä? Du brauchst kein verzaubertes Buch Wieso hat Rivi das dann gesagt? Wenn ich dich trollen will Weil du mich an der XP Von mich mitmachen hast Hast du mich jetzt echt getrollt so? Ja natürlich Alter Wenn du mich nicht mitmachen lässt Dann kriegst du meine Breitseite Oh wie assi Das bist du selber schuld Wenn du mir nichts abgibst Du gieriger Ich hab das jetzt auf Ich hab das jetzt verzeiht Ich hab dir dein Level jetzt nur geklaut Weil du meinst Du solltest das Buch verzaubern Du hast dich selber geprankt Nee Ich hab so Mann ey Dieser scheiß Mango Hängt mir zwischen den Zähnen Deswegen ess ich kein Obst und Gemüse Ja deshalb siehst du auch aus Wie ein Robloxkin Stimmt Ey du Wichser Ich bin jetzt ein Living Meme geworden wegen dir Ich hab ein Bild hochgeladen Wie ich Stand Up Paddling bin Und alle schreiben so und Ich sehe aus wie ein Robloxkin Geil Das ist slow Nee das ist real Ich hab gegoogelt Was kann man machen Gegen Robloxkin aussehen Kam nichts Das ist Andeside Das ist nicht Koppelstern Das bleibt nicht Dirt Keine Sorge Das wird alles Das ist alles mit Backstein gemacht Trust Fuck Junge Das wird so scheiße aussehen Alter Ich glaube tatsächlich Dass das sehr geil aussehen wird Nee Doch Du hast ja zero aesthetic Äh Aesthetics skill Alter In deinem Kleidungsstil Kann man schon sehen Dass du als Kind Irgendwie gefoltert worden bist Oh shit Alter Nur weil nicht überall Auf meinem Kleidungsstil Japanische Symbole drauf sind Oder was Oh jetzt möchte er Irgendwie damit kommen Es geht einfach um Eine gewisse Ästhetik Um ein gewisses Abstimmen Der Verschiedenen Nuancen Deiner Kleidung Wo ich trage heute Kommt jetzt schwarz Ich halte mein Maul Äh Hier apropos Ja Nächstes Mal Wenn wir uns sehen Revi machen wir So folgendermaßen Ich kleide dich komplett ein Mit meinem Stil Okay Digga Alter Dann sehe ich ja aus Wie ein Bauarbeiter Max Du hast wirklich So einen richtigen Uwe Stil Kennst du das Was ist ein Uwe Stil Unten wird es eklig Stil Ich habe immer Das sind Typen von denen Der Penis stinkt Die kleiden sich so wie du Ich habe Das habe ich gut gesagt Das hast du gut gesagt Nicht schlecht Das war geil Alter Also der Style besteht daraus Ab März bis Oktober Eine kurze Hose tragen Immer Und ein T-Shirt Ja Fertig Bist du dabei? Mhm Alter Revi hat richtig Bock Darf ich dich auch mal Einen kleiden Max? Ich würde so gerne So ein Fashion Umstyling mit dir machen Das fände ich richtig geil Ich finde schon Du siehst mir zu Hip aus Ein bisschen vielleicht sogar Ich wüsste Zu schwul Kannst du das sagen Oh was? Das darfst du nicht Junge Das darfst du nicht sagen Was? Das darf man auf Twitch Nicht sagen Darf man das sagen? Was? Mann ich kann doch Über meinen eigenen Kleidungsstil Sagen was ich möchte Echt? Nein Darf man das sagen? Das ist ja kein Shaming Alter Nein das darfst du nicht sagen Oh mein Gott Holy shit Alter Wie ist dein Twitch Vertrag Nochmal durch Okay Kann ich lesen Junge Nee also ich kann das schon Nachvollziehen Das sagen mir halt Sehr viele Leute Zuerst übergeben Juch alter Juch Was soll das heißen? Oh Oh Händler Händler ist eingetroffen Der Händler ist da Wieso ist der auch extrem Lama Händler ist bei mir Ich rede hier mit ihm Er gibt uns für Emeralds Nautilus Shell Glowstone Warte 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 Wie viel kostet die Nautilus Shells bei ihm? Fünf Emeralds Boom Machen wir Machen wir Ich hab ihn angeleint Ich geb ihn Sticks Schnell schlafen Schlafen wir müssen Sticks trade Wir brauchen wieder eine Menge Sticks Er hat was getrunken Dass er unsichtbar ist Ja ist richtig Machen die so Echt? Ich liege im Bett Ich liege im Bett Wenn wir aufwachen ist er noch safe weg Nein nein der ist da noch da Der ist noch da Trust me Ja ich hab ihn aber Sein Lama ist da auch mit drin Ist egal Schieb ihn einfach irgendwie Oh ich Ich glaube das Lama hat Agro auf mich Spuck dich das an? Nee Aber es guckt richtig sauer Es verfolgt mich auch Egal wo ich hingehe Kann man da nur begrenzt viele kaufen Bei dem Ich hab dir jetzt echt viele Sticks gemacht Mach jetzt hier keinen Scheiß Ne? Und? Wieso ist da ein X bei deinem Auto So schnell? Weil ich hier jetzt schon 5 Stück gekauft hab Hier weiter weg Aua Penner alter Man kann nur 5 Stück kaufen Der wartet jetzt hier Als Strafe in dem Boot Scheiß Assi Typ ey Lass ihn hinrichten Mit dem Amboss Ja Das wär doch geil Geht das? Ja Ich töte seine Lamas Und dann Alter wie du ihn einfach mit deinem LKW entführst Ne? Oh Er hat dich outplayed Er ist immer noch bei mir dran Er hat sich wegteleportiert Ne Er ist bei mir drin Er ist unsichtbar Sicher? Ah ja Man sieht die Nautilus Shells aufsteigen Oder was das ist Was ist das? Was sind diese Murscheln Die da aufsteigen? Siehst du das? Lass ihn jetzt erstmal setzen Den Penner Wir gucken jetzt Ob der morgen nochmal handelt Wenn nicht wird dahin gerichtet Lass ihn Einfach der Sonne aussetzen Und ihn richtig Dass er richtig brennt Boah Junge Du bist so grausam Das gefällt mir Ich bin nicht im Bett Könnte man Ist theoretisch Ist es theoretisch in Minecraft möglich Dass wir ihn Lava aussetzen Dass er brennt Aber dass er noch lebt Und dann knallt der Amboss Aus seinen Schädel Können wir Können wir jetzt schlafen? Ist schwer zu machen Aber wäre richtig brutal Du wärst der Tintenfisch Komm mal her Ich hab jetzt hier Noch mal her Komm mal her Ich hab jetzt hier noch was verbunden Guck mal Hier hinten werden ja auch noch Kakteen produziert Ja Und die werden jetzt Guck mal hier in die Kakteen Dings rein Hat er in 10 Minuten gemacht Guck mal rein Ja das ist geil Das ist geil So und das bringt er jetzt hier in die Kiste Und von hier wird das halt wieder zu den Öfen gebracht Jetzt drück mal hier Damit du siehst wie du dich bedienen kannst Komm mal her Drück mal hier in den Schalter Ja Unter dir Es sind immer überall Einmal was raus Und sag wie viel Level du bekommst Anderer auch Anderer auch Anderer auch Oh ich hab jetzt Sechs Level Oh ich hab leider auch ganz viel bekommen Das wird irgendwie komisch rausgenommen Ich bin jetzt Level 32 What the fuck Sechs Level Welches Level warst du denn vorher? Ähm Vorher war ich äh 13 oder 12 oder wie soll es bin ich 19 Ja ok Ist auf jeden Fall chillig Und davon brauch ich jetzt gefühlt nochmal was Und dann ist komplett Ende GG Unterm Leuchtturm Heizmaule Echt? Achso Da vorne am Wasser Ja Zeige mal Warte mal Wo hast du einen Schweinebärmann her Alter chillig Was ist das hier? Achtung Das ist nur mein Haus abgesteckt So jetzt guckt mal bitte auf den Pool Schaut mal bitte Ich gucke auf den Pool ja Boom Alter Junge Herr Schweinebärmann genießt das Leben Junge Er ließ Genießt das Leben Wie geil Aber guck das Wasser her Ah von hier oben Ja ich bin gespannt Ich bin gespannt wenn es fertig ist Wie lange hast du jetzt dafür Zeit gehabt Das waren ja nur ein paar Minuten Das ist ja schon fast dann auch Schummeln Schummeln ist das schon irgendwo Muss mal gucken wie man mit Schummeln kommen möchte Aber ist geil Sieht scheiße aus Sieht scheiße aus Digga 7 CCM Racing Stage 6 Alter dein Name klingt scheiße Und ich bin sicher dass dein Gesicht extrem scheiße aussieht Sehr geil Sehr geil Tut mir leid Ja ne Alter wie geil das mal jemand von einem Unparteiischen zu hören Unparteiisch Also jetzt einfach nur Ich hasse deine Tweets Ich war letztes kurz davor hin zu muten Weil er immer nur am Fortnite Flame ist Immer Ja Alter danke Wow Kannst du dir mal ein Clip und Schiff Schrobel schicken Ich sag ihm das seit Monaten Dass er der salzigste Mensch auf Twitter ist Und er sagt nicht Ah jo Die müssen das halt fixen Und so Guckt sich mal an wie viele Leute schon getweetet haben Das geht gar nicht von Epic Games Ich wünsche allen Publishern den Tod Tötet alle Publisher Ruft er immer Die tiefste Nacht Ja gut Passt auch Das ist das Ende von der Folge Ja Die Folge ist zu Ende Wenn euch das ganz gefällt Die geilsten Highlights Auf YouTube Immer gebündelt In der Folge Gönnt euch